Amerikanische Forscher haben den Einschlag eines Meteoriten auf der Erde bestätigt. Der wahrscheinlich außerhalb des Sonnenystems geborene Meteorit drang 2014 mit hoher Geschwindigkeit in unsere Atmosphäre ein. Das außerirdische Stück war klein, kaum einen halben Meter, aber es überquerte den Himmel mit einer schwindelerregenden Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit dieses Stücks betrug ca. 200.000 km pro Stunde. Die Geschwindigkeit und die Flugbahn des Objekts deuten darauf hin, dass es nicht aus dem Sonnensystem stammt. Es ist möglich, dass viele interstellare Objekte in das Sonnensystem eingedrungen sind. Forscher wollen jetzt am Grund des Ozean nach Trümmern suchen. Der Meteorit ist wahrscheinlich weiter fragmentiert, als er durch die Atmosphäre geflogen ist. Laut Vizeforschern sind die Chancen, die Trümmer am Boden des Meteoriten zu finden, gering. Aber die Möglichkeit, einen interstellaren Meteoriten im Detail studieren zu können, ist äußerst verlockend.